Danke. Ja, da war ne Axt drin. Hallo Leute, bis jetzt wieder Gamelos LTT und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Herr der Ringe. Herr der Ringe, Herr der Ringe. Und diesmal wieder mit den bekannten Idioten. Alessandro. Hallo. Hallo Ali. Hi. 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 Hallo Ali. Leon. Hi. Und mal wieder ohne Torben. Oh Torben. Oh Torben. Wo ist Torben eigentlich? War Torben nicht eben noch da? Hä? Gute Frage. Nächste Frage. Und dann kommen wir zum Thema. Wo? Thema der heutigen Folge. Dum 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 dum. Ja, wir reden über eure Kommentare. Endlich machen wir uns ein bescheites Thema ausgedacht. Kommentare, kommentier, show. Jetzt kommst du nicht auch noch damit an. Das war früher immer Torbens Sache. Wir müssen das einfach irgendwie hinbekommen, dass Torben fehlt, wenn nicht da ist. Ich wollte gerade Bunny hoppen und dann hier noch einen Duckjump. Gein Scherz jetzt. Jetzt soll ich den Duckjump machen, Alter. Seid ihr bereit? Ja, was wir denn heute in der Karte machen wollen? Was machen, Leute? Hier wollen wir hin. Wir wollen nach Uruk-Hai-Hofland. Uruk-Hai-Hofland. Ah, irgendwie riech ich deinen Rülps grad durchs Mikro, Alter. Ich auch. Ich weiß nicht, warum. Ja, ich habe gerade Santa Brea gegessen, Alter. Los, komm. Hier für dich auch noch einen Bursch. Was ist das? Das ist Käse. Ehhh. Ja, sowas wie Camembert. Ne, weil ich liebe den Ofenkäse. Als ob du kein Quäse isst. Und Santa Brea, weil der ist immer so groß. Und deswegen esse ich einfach seit neuestem den normalen. Obwohl ich Käse gar nicht mag. Was mit Quäse? Ja, das ist so ähnlich wie Quäse. Du hast kein Kreis drin. Ja, das heißt, was heißt denn hier so ähnlich, Alter. Wenn, dann original. Äh, äh. Quäse schmeckt scheiße. Ich habe Quäse auch noch nie gegessen. Weil Santa Brea ist ganz cremig innen drin. Oh, cremig. Wir gehen jetzt mal auf die Kommentare von der Herr-der-Ringe-Folge 41 und 42 drauf ein. Ja. Weil die 43, die kommt halt erst. So, die habt ihr zwar auch schon gesehen wahrscheinlich. Aber. Die ich aber die ganze Zeit nur weh drücken muss. Voll geil. Ja. Und dabei essen kann. Aber für uns ist die halt schon gewesen. Ihr wisst, was ich meine. Also gehen wir nur auf 41 und 42 ein. Nicht crashen. Ähm. Es gab wirklich extrem viele Kommentare. Und wir haben eigentlich auf jeden Kommentar. Alter Fasser. Scheiße auf meine Haare. Der Berg ist schon krass, ne? Geben wir hier an Land? Nein. Okay. Wir haben eigentlich auf jeden Kommentar auch geantwortet. Aber wir wollen darauf jetzt noch mal ein bisschen eingehen in der Folge. Ähm. Deswegen gehen wir nicht auf jeden Kommentar ein, sondern nur auf ein paar Kommentare. Und jetzt sage ich halt bei Erinnerung. Die greifen dich an, ne? Ich weiß nicht, wie wir das machen wollen. Geil. Ja, keine Ahnung. Ich kriege das schon irgendwie hin. So. Erstmal. Hier hochkommen. Ich hab ne Schippe zum Glück. Geil. Wow. Dann mach uns nen Weg. Ja, folgt mir. Geil. Geil. Ey, was hast du denn? Rohan-Block. Nice. Machst du schon richtig gut, Juni. Gefällt mir. Ja, danke. Merken, das ist die Rohan-Block-Insel. Rohan-Block-Insel. Aber irgendwann werden wir's mal brauchen, ne? Ja. Ja. Ich bin im gelobten Land. Sie greifen mich noch nicht an. Bist du gar nicht. Hallo, sind wir friedliche Freunde? Oh, ein Wack, die kann man reiten. Die greifen mich bisher noch nicht an. Mich mögen die E-Hi. Will den reiten? Nein, die E-Hi. Ja, ich kann mit denen reden. So, ich lese es mal in der ersten Kommentar vor. To the fire people. Ah nee, ich brauche einmal kurz ungestörte Aufmerksamkeit. Get your service fresh ice tea. Feuerbursche schreibt. Feuerbursche schreibt. Badwars wär wirklich cool. Super lustiges Video. Ähm, erstmal danke für das Kompliment zum super lustigen Video. Badwars. Ja, haben wir auch schon überlegt, ob wir Badwars mal aufnehmen. Ja. Das wollte auch an eine ganz bestimmte Person. Ken. Der, der dein letztes Mal so genervt hat, ne? Ken. Aber Ken kam auf die Idee mit Janosch. Oh, Mountain Skow. Alter, hier wird's nebelig. Wir sind im Schneebelgebirge. Dichter Nebel zieht auf, meine Freunde. Ich hab Schneebälle. Ich hab ne Ruhe, schaff ich nicht. Mal gucken. Oh, wir sind irgendwie schon angekommen. Ah, hier wollen wir gar nicht hin. Wir wollen in das Au... Äh, auch. In das Ukei-Hochland. Ähm. Also, hier runter. Rede weiter, Jonathan. HD Gamer schreibt. Ähm, ihr wart ja mal wieder richtig produktiv. Ja, da sind wir immer. Naja. Also, größtenteils, ne? So, manchmal von... Ich glaub von 40 Folgen, von über 40 Folgen war vielleicht 10 Folgen... War 39. Ganz klar produktiv. Ich find 10 Folgen waren produktiv. Der Rest war unproduktive Müll. Ey, das Seelensand mitnehmen. Wieso mitnehmen? Ey, man kann nie wissen. Die Nesawasen-Geschichte. Ach, ja. Ach, ja. Das ist ein Drecksvideo, weiß ich noch. Hast du nicht da das Feuer abgefilmt? Was will ich riechen? Ja, haha. Da hat alle das Feuer abgefilmt. Jetzt hab ich ganz vergessen auf den Timer zu gucken. Ach du Scheiße. Ja, ich denk mal, wir nehmen jetzt so 3-4 Minuten schon auf. Krass, was ist das denn? So. In der nächsten Folge rufe ich wieder für Mad auf den Timer. Wir lesen jetzt die nächsten beiden Folgen Kommentare vor, während wir reisen. Verkohltes Holz. Geil, das kann man schwarze Bretter machen. Ja, red weiter. Ich baue erstmal hier ein bisschen das Holz ab, ne? Oder? Ne, lass ich. Ähm. Doch, das verkohlte Holz mitnehmen. Okay. Vor einiger Zeit haben auch einige von euch Kommentare geschrieben, dass sie sich gewünscht haben, dass wir doch mal reisen sollen. Und deswegen machen wir das jetzt auch. Ja, das machen wir jetzt. Diese Kommentare werde ich wahrscheinlich nicht extra einblenden. Weiß ich nicht. Ich möchte mir jetzt echt nicht zu viel Arbeit beim Schneiden machen. Machst du ähnlich. Wobei mir das momentan wieder echt Spaß macht zu schneiden. Ich hoffe, man sieht das auch. Ich geb mir Mühe beim Schneiden und so. Eigentlich, jetzt sind wir echt schnell da. Wenn wir jetzt weiter so reisen, können wir da oben hin. Fangor Dunland. Okay. Das ist unter dem Grün. Niemals. Guck mal kurz einmal. Ähm. Ja, würden wir theoretisch noch schaffen. Dann müssen wir jetzt hier entlang. Wenn wir uns echt beeilen. Und ihr schreibt einfach immer so viele Kommentare. Wo ist Leon? Das freut mich in letzter Zeit so. Leon. Ja. Da hinten. Dass es einfach so viele nette und tolle Kommentare gibt. Das motiviert mich freundlich. Bitte, Samper Bray. Ähm. Nächster Kommentar. Immer noch bei Video 41. Bei. Ähm. Und zwar. Jetzt muss ich ganz kurz einmal den Namen nachgucken. Warte mal. Weni wie die Win... Weni wie die Winzi schreibt ein richtig lustiges... Ein richtig lustiges Video. War geil. Ich hätte schon Bock auf Bad Wars und holte auf jeden Fall Torben wieder dazu. Der hat den Video echt gut getan. Ach ja. Und willkommen im Club. Mein Computer hat leider auch so sein Leiden. Ähm. Also die Leiden sind ja jetzt erlöst. Ja. Die Leiden sind erlöst. Lag an Amnesia Light Mod. Haben wir letzte Folge auch schon mal gesagt. Ne. Vorletzte war das. Ähm. Freunde. Wir müssen jetzt hier erladen. Ja. Bad Wars nehmen wir halt bald auf. Hab ich auch echt Bock drauf irgendwie. Genau. Macht bestimmt auch fun. Ähm. Und Torben. Ja. Gut. Das ist so ein Thema für sich. Ne. Also. Ich hab keine Ahnung. Ja. Torben hat unseren Videos gut getan. Also erstmal Respekt, dass du schon bei uns geguckt hast, als Torben noch da war. Das ist schon auf jeden Fall ein Rekord. Äh. Hier. Oh, ich snack mir erst noch was von deren Feldern, Alter. Ich bin so ein richtig asozialer. Ich bin so ein richtig asozialer. Ähm. Ich bin so ein richtig asozialer Bauer. Ich mach mir Brot. Ich mach mir Brot. Muss mich meinen Lembers verspeisen. Ähm. Okay. Die Werkbank tut uns gut. Wenn wir so wieder Torben dazuholen. Das wird ein bisschen dauern, ne? Also. Ich weiß nicht mehr, ob du Torben dazuholen kannst. Hier ist ein Trader. Hat wer eine Münze dabei? Nein. Ich hab keine Coins. Ah. Soll wir hier nächtigen? Ich muss eh plus 100 sein. Wir hätten mal ein Bett mitnehmen sollen, ne? Wir Idioten. Na, scheiße auch, komm. Nachts ist hier doch nix los. Also das Lager muss man auf jeden Fall merken, weil hier können wir dann demnächst mal handeln und sollen wir uns verdienen. Ohne muss nicht los. Ja. Reisen mal weiter. Äh, ein weiterer Kommentar. Wir kommen. Warte mal, ich lese mal vor. Von Just Relics. Ich muss immer kurz gucken. Da will ich den töten. Der hat was in der Hand. Nein, lass es. Das ist ein Minuspunkt. Ansonsten. Du hast schon Mühe. Ansonsten greifen dich ja alle an, ne? Von Just Relics. Was ist das da hinten? Bo. Jo. Warte, ich muss essen. Warte, ich muss essen. Hast du da. Ja, genau du. Von Just Relics. Nein, Torben. Jo. Ähm, ja. Das ist ein Waagzuchtlager nebenbei. Du wünschst dir wahrscheinlich auch, dass Torben wieder zurückkommt? Finde ich echt krass, wie viele sich noch an Torben erinnern. Haha. Ja. Sollen wir hier runter? Ja, da kann man Wachs sich vielleicht züchten. Ne, ne, da kann man Wachs züchten. Ne, ne, da kann man Wachs züchten. Ne Kiste, wo nur Schrott drin ist, aber ey, YOLO. JOLO. Hier kann man Wachs kaufen. Ich glaub, ihr checkt das immer noch nicht, ne? Hier will mir mal keiner Wachs verkaufen. Doch, der hier. Ne, mir nicht. Nein. Ne, ne. What are you after? Mir fragt er, wo sein Fleisch ist oder so, hat er gesagt. Ähm. Ja. MeinMensDJP schreibt, mach ich doch gerne. Ja, nochmal fettes Dankeschön an dich, dass du uns den Server zur Verfügung gestellt hast. Können wir eigentlich in jeder Folge nochmal sagen. Denn er ist eigentlich der Grund, warum wahrscheinlich im nächsten Video häufiger Herr-der-Ringe-Folgen kommen. Ohne wirklich das am environments dem. Weil wir einfach mal anwalt haben. Soall er könnte ihn auch mal gerne abonnieren, ne. Na,殺 alles. Aber, na gut, Richardson Kuss. Und wir achten wollen ned? Ja. Ja, abonnieren. Alter Wir brauchen kein Quase mehr Wir brauchen Santa Bray Aber Quase hat sich Irgendwie cooler an Oh nein iPad ist ausgegangen Eine Sekunde Meine Fresse Mensch der Junge Braucht 100 Jahre Wieso Bist angegriffen Ähm Nächster Kommentar Von Feuerbursche Wieder mal Feuerbursche ist auch schon Sehr 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 lange Sehr 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 aktiv dabei Oh ja Oh ja Das haben wir uns gemerkt Stuhl finden Ähm Ich finde das Rathaus Richtig richtig schön Ich bin beim Bauern Nie so kreativ Also das ist nicht Also das in Anführungsstrichen Rathaus Er hat es in Anführungsstrichen Gesetz Weil wir selber noch nicht wissen Was das ist Ich bin zwar kein Rathaus Rathaus muss pompös sein Ja da müsste ja Dankbar bei Ali sein Dass der einfach so gut bauen kann Ich will einmal kurz was testen Geil Hab so einen Teppich bekommen Ist mir egal Hab einen Teppich Ich hab den Teppich Nein ich hab den Teppich Ich hab auch einen Teppich Nee das muss so ein Kopf sein Dann ist das ein Teppich Nein Oh Der Waagfell Oh shit Naja weg Der nächste Kommentar Ich möchte heute nochmal alle durchgehen Die Kommentare Dann können wir in der nächsten Folge Mal über was anderes reden Aber irgendwie ist es cool Also ich liebe das Die Kommentare durchzulegen Ich freue mich jedes Mal Wenn da oben Das ist so bei YouTube Gibt so diese Glocke oben Ja so eine Glocke Und wenn er in der 1 Oder in der 2 steht Äh jetzt guck mal wo gerade Wir sind kein Stück gereist Egal oben rechts ist was Ich möchte das zuerst looten Wieder so ein Lager Ah ja das ist aber ein Schmiedelager Apropos Schmiede Denn HDGamer schreibt Ich kenn die Leute da sehr gut privat Boah Pixelwolf nachmache du Geil ich hab was zu saufen gefunden Ähm Wie gesagt Apropos Schmiede HDGamer schreibt Ja baut doch mal eine Schmiede Und eine Taverne Wo die Zuschauer Die dann Äh warte mal Wo die Zuschauer die dabei sind Hingehen können Und sich besaufen können Ich muss immer so lange vorlesen Oder ist immer so nervig Das vorzulesen Weil das wie gesagt Auf meinem iPad In der Ecke steht Ich muss immer rüberschielen Etc Ähm Bisschen Brot Ja eine Taverne wäre cool ne Wo sich die Leute alle besaufen können Los fliegender Teppich Boah Flieg Scheiße Was haltet ihr von einer Taverne Ja bauen wir Ey gib mal einen Teppich wieder Juni Also ich finde eine Taverne cool Wo sich so die Gäste dann besaufen können Hier ist einfach noch so ein Zeltlager Ja die gibt's hier oft Ja finde ich cool Ich meine ich kann mir immer Brot backen dadurch Voll die netten Leute Erben nett ne Ja Wirklich Ah unbedingt die Orkschmieden mitnehmen Was für Orkschmieden Ja hier sind Orkschmieden drin Wenn es euch noch nicht aufgefallen sind Das kann so richtig schnell Erze brennen Du nimmst die doch bisher mal mit oder nicht Ja Ja dann ist doch gut Ne Juni ich hab ja was Du magst ja so gerne Brot ne Ja Da Bah nee das ist vergibliches Brot Oder verschimmeltes oder so Maliges Brot Ich kann das Essen Gib mal her Ich kann das Essen Weil ich Ork bin Oh ich hab grad keinen Hunger Das war mein Handy Entschuldigung Mein Handy klingelt auch die Wände So wie da ist das iPad ausgegangen Ich versuche mal beim Laufen das zu machen Mach ich die ganze Zeit eigentlich Ja ich mach mal Ey wenn wir von den ganzen Zeiten die Wolle mitnehmen Oh hier ist ja Hallo Darf ich mal weiter vorlesen? Top Step Intro Oder sollen wir in der nächsten Folge weitermachen jetzt die letzten paar Minuten noch so rumlaufen Nein Dann müsst ihr mich zu Wort Ey Juni Juni Ja Guck mal Was hast du? Danke Geil oder? Hast du es in der Kiste gefunden? Warum findest du immer die Eulen-Sachen? Was hat da so ein Vergiftungsschwertneis? Ja warum findet er das immer? Aber ich hab maliges Brot Das hast du von mir hast Maliges Brot ist richtig doof Ich meine ich kann das Essen weil ich halt mich den URK als angeschlossen Ein Kommentar würde ich noch ganz gerne vorlesen Und zwar wieder vor Weni wie die Vinci Ähm Geiles Video Und die Idee mit Fans Und die Idee mit Fans ins Video zu bringen wäre echt jutt Ihr könnt eine Schmiede bauen Und ich freue mich schon voll auf die Mauer von Mo Auf die Minen von Moria Also weiter so PS Mir kommt es so vor als würde dir immer weniger werden Ja Irgendwie werden wir wirklich mal weniger Da war Leon auch nicht dabei zu Folge Ja Ne die Doch die letzten Drei Folgen sogar Denke ich Wer will mit mir saufen? Ne Wobei zum Abschluss Ja komm hier das ist leicht Juni Ey Juni komm was ich gefunden hab Ich krieg nur Ich krieg Stärke Ali Das bringt's voll Ich weiß Warum findest du so viele Boah ich muss vor dir da sein Leon Ich muss vor dir da sein Was hat Leon denn jetzt schon wieder? Wieder so ein anderes cooles Schwert So ein Urochrum Schwert Schärf 2 in Halbbarkeit 2 Jetzt bin ich der Erste der da ist Und du kannst die Lahnwelt nicht schließen Okay nur Kohle Nur Kohle Mardiges Brot Oh voll der Wettlauf Hey Juni warte jetzt bin ich wieder dran mit Kisten Scheiß bist du du warst die letzten 5 Jahre schon mit den Kisten dran Und dein Kackmaul Ich hab wieder ein Bier Geh doch an deinen scheiß Weizen ran Oh kleiner Beutel und drei U-Buchern Da mach ich mir jetzt erstmal was Schickes worauf ihr wieder neidisch seid Gib mal einer einen Stick Bist du jetzt auf meinen Stick neidisch? Tausch ich gegen den Beutel Neon du bist ein echt guter Geschäftspartner What ich konnte grad noch aus verkurten Holzbretter machen jetzt nicht mehr Okay Mein, mein Achso Mein nächstes Dorf, mein nächstes Dorf, mein nächstes Dorf Ähm Sollen wir mal mit dem Dorflaufen auf und die Folge mal beenden Ja warte einen Moment Ich mach mir grad noch was Schickes hier Dann mach ich schon mal die Abmoderation Ähm wenn ihr öfter Videos sehen wollt wo wir Kommentare vorlesen Oh ja Dann schreibt das in die Kommentare Liked es Und schreibt einfach mal ordentlich wieder Kommentare Das wie gesagt, das freut uns richtig Genau Wobei das Video wahrscheinlich erst wieder in ein paar Tagen kommt Bullshit Also in ein paar Wochen wahrscheinlich erst Weil wir jetzt halt heute noch Ein, zwei Folgen Ah, da ist der Jonathan mir nachgelaufen Jaja, ja gut Ja gut, Juni, guck mal hinter dir Juni, hinter dir Nein Nein Ihr könnt jetzt neidisch sein Ich hab mir grad was gecraftet Juck, bin ich nicht neidisch Juck, bin ich nicht neidisch Juck, bin ich nicht neidisch Warum booste ich dich? Danke Boah, du Urufe Ja, da war ne Axt drin Ja, die ist eh, oh Boah Boah, warum mach ich zu hauen? Hier, erzählt euch das an Seid ihr darauf neidisch? Einmal das Das hab ich grad gecraftet Nö Nein Und das Das Krummschein hab ich doch auch Ist cooler wenn man das findet Ne Urukai Schaufel Die hab ich mir grad gecraftet Hi Ich hab ne Urukai Ich brauch diesen Spitzakko Und ne Urukai Axt Juckt mich nicht So, ich ess jetzt das malige Brot Zum Abschluss der Folge Wo bist du? Ich hab noch mehr maliges Brot für dich Guck, ich kann's essen Ja, mit dem Reisen Mit dem Reisen In der nächsten Folge In der nächsten Folge Der nächste Folge Aber erst geh ich noch da hinten ins Schmiedelager Ne, wir überziehen Schmiedelager Nein Nein Dann geht ihr alleine her Weil ich beende jetzt die Schmiedelager Machen wir hier, wir sind ja schon da Viel Spaß mit der Endcut Danke an Skate Danke an XayArts Oh, da hinten Nein Ey, wir bleiben alle an der Stelle stehen Alter, das wär sonst mies, während ich mich auslogge kurz Guck mal, hab noch was gefunden Tschüss Es ist ein Lonely Road Where the forgotten gold Where your misery finds its company Oh, oh Es ist ein Lonely Road It's a long way down to the sacred ground Where the people spend for peace